Willkommen zu einer neuen Folge Tramsim. Heute ein wenig weihnachtlicher, mit Schnee tatsächlich. Und ja, wir fahren jetzt aber direkt los, weil das kommt zu spät. Wir müssen gerade den Scheinmechaner anmachen. Das muss ich kurz mal gucken. Es gibt hier so verschiedene Stufen. Passt das? Vielleicht machen wir gleich noch ein bisschen mehr an. Aber ich glaube, für erst mal ein bisschen streichen. Oh ja, das wird langsam weiß auch schon. Ich hoffe, ich verbremse mich hier jetzt nicht allzu oft. Das wäre natürlich schlecht, weil im Schnee bin ich als gesagt noch nicht so oft gefahren. Boah, jetzt wird dabei ja langsam echt weiß. Ja, ist doch schneller als gedacht, ja? So, dann dürfen die Fahrräte hier in unsere Bahn rein, damit es nicht zu arschkalt wird. Oh, der Rollstuhlfahrer, den müssen wir noch reinlassen. Wir können ja nicht an der Station stehen lassen, die am Arsch kalten. Das wird uns natürlich ein bisschen Verspätung bringen, aber gut, ist halt so, ne? Ähm, die Tür 1 muss auf. Dann machen wir hier. Jetzt kannst du rein. Ja, das mit der Tür ist immer ein bisschen super optimal, ne? Dann machen wir zu, hallo. Hallo. Jetzt. Ii, jetzt bin ich auch im Schnee. Ach, warte mal, wenn wir uns die Tür jetzt zumachen, die die im Rollstuhlfahrer drin hängt. Oh, die da, jui, jui, jui. Jetzt schnell die Tür hier zu, Freigabe raus und Tür 1 auch zu. Vielleicht ist die Tür auch irgendwie, also kann das sein, dass irgendwie das Dach undicht ist. So, die Wittelsbach-Gasse ist jetzt die nächste Haltestelle, wir sind schon ein Tick zu spät. Guck dir die Ansage ein, ich mach' gucken. Ja, also hört sich immer nach Ding-Ding an mir. Ja, ja, okay, gut. Wittelsbach-Straße, umsteigen zu 80a. Perfekt, zu 80a steigen wir aber nicht um, wir fahren weiter mit der 1. Äh, ja, genau, also, ich weiß gar nicht. Ich hab letztes Mal schon dazu aufgerufen, dass hier auch gerne Leute, die diesen Job hier in Wirklichkeit machen, an der Wirklichkeit, Straßenbahn hier in Wien oder in anderen Städten fahren, vielleicht Ahnung haben, gerne mal schreiben dürfen, wie das hier mit den Regeln ist. Und jetzt gerne auch, rufe ich wieder dazu auf, wenn ihr da Sachen wisst, die ich nicht weiß, dann schreibt gerne, irgendwie gibt ich hier im Winter irgendwie besonderte Regeln beim Fahren, die ich hier mit Sicherheit wieder nicht beachten werde, weil ich nichts davon weiß. Die Ampel wird in Rot, das ist gut. Ah, nee, so, nein, so wollte ich eigentlich. Genau, da vorne ist unser Signal, das ist eh noch Rot, von daher haben wir noch einen kleinen Moment. Ich finde es sehr interessant, dass hier in Wien immer diese Fahrradstreifen sind an vielen Stellen. Ist eigentlich gut gemacht, muss man ja schon sagen. Ja, da dürfen wir erstmal mal die Fußgänger gehen. Und dann kriegen wir hoffentlich gleich die grüne Welle, weil da vorne sehe ich ja auch ganz viel Rot. Der Corner Store ist da vorne im Decke. Ah, da kommt noch mal jemand rein. Ah, da ist hier eine Anforderung, dann können wir die Freigabe rausnehmen und dann aber jetzt zu. Und dann fahren wir weiter und die Tür ist nämlich auch zu. Also, ich muss sagen, mit der Beschleunigung habe ich jetzt noch nichts gemerkt, dass es irgendwie Probleme da gibt. Ich beschleunige voll und da trete nichts durch, das ist gut. Löwengasse, umsteigen zu 4a. Ja, okay, cool, für die 4a. Oh, ich hatte im Schnee, oh, das bedeutet, dass man durchdreht wahrscheinlich, oder? Das würde ich mal behaupten. Ja, jetzt schildt mal eine Runde, Leute. Ich glaube, das bedeutet, dass man durchdreht, dass die Reifen durchdrehen, wenn hier dieses gelbe Symbol ist, kann das sein? Oh, das ist eigentlich eher so, äh, doch, 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 das kann sein, okay. Aber ich frage, kann ich irgendwie sanden, oder so? Das ist jetzt die Frage, ne? Oh, warte mal, oh, warte mal, Moment, Moment. Das bedeutet, dass der Aussteigen will. Oh, mein Gott, ich muss den Typen noch rauslassen. Ja, deswegen ist die Tür ja auch noch offen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen verpackt hier mit der Rampe, das weiß ich auch nicht, warum. Okay, die Tür ist jetzt zu. Also, die ist, meine Rampe ist drin, meine ich. Und dann ist ja die Tür zu, und dann müssen wir die Tür zumachen. Aber ich glaube, wir müssen zuerst... Ja, genau, wir müssen zuerst noch viel das rausnehmen, das Symbol. Ich bin ja Profi, ich kann das. Oh, dann können wir weiterfahren. Genau, da fährt der Röschelfahrer. Oh, oh, oh. Ja, also, Autofahrer können jetzt nie mehr langfahren, schade. Ähm, na komm. Ich habe keine zweite Kamera an sich gibt. Das muss ich jetzt, ich werde die Kamera verstellen. Das war wahrscheinlich echt wegen dem Fußgänger, oder? Aber dann müssen wir doch jetzt eigentlich coolen kriegen. Ah, jetzt ist cool, okay. Dann können wir weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich schon anders hier gesagt habe und was nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall versprochen, dass wir die Linie 1 einmal fahren. Komplett, das mache ich jetzt hier mit. Ja, gut, Hetzgasse, okay. Schön. Ähm, zwischendurch habe ich mir auch das Ulf-DLC und das Betriebsbahnhof-DLC immer gekauft. Wir können jetzt auch mal so eine Einrück- oder Ausrückfahrt machen. Wobei, ich sage, mit dem Ulf zu fahren, der ist als Kain-Gereichung auf jeden Fall, aber selber zu fahren ist so ein bisschen... Also, prinzipiell ein gutes Fahrzeug, aber der ist zu laut. Also, da muss man die reine Einstellungen verstellen und das minimal leider... Also, auf Minimum stellen, meine ich, nicht minimal leider. Äh, weil der halt ultra laut ist, jedenfalls bei mir. Gar nicht die Fußgänger, aber fahren. Muss man echt aufpassen, wenn die Leute hier einfach rüber reden und man sich vielleicht ein bisschen verbremst, ja, wegen dem Schnee, dann, äh, ups, sind die Leute leider futsch. Was? Aber noch in der Hand, ich habe heute mal richtig werdet, ich kann mal so rausnehmen am Ende, ich nehme nur eine Ampel... Äh, öh, ich habe auch nur ein Blöden, valenten, Hilfe! 소리 für die kurzen Flacherer... Die zur Stille woher... Also, die ist aber keine Ampel... Also, die müssen wir halt einfach aufpassen, dass wir jemanden überfahren... Der Radecki-Platz kommt gleich. Ja, wir fahren ja jetzt wieder auf der Straße, da würde ich jetzt nicht so schnell fahren. Radecki-Platz. Umsteigen zu O. In Richtung Bruno-Marik-Allee. Ich muss die gerade nochmal gucken, ich muss erstmal mal einen Nummernblocker aktivieren, um zu klingeln. Das Grün ist gleich, aber die Grünfahrer, die werden wohl nicht mehr bekommen. Ich bin doch gegen die Maus gekommen. Upsala. Schlaganfall. Okay, wusste ich auch noch nicht, dass wir jetzt durch die Wand gehen. Ist noch grün, ist noch grün. Weiter, 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 weiter. Nein, das hat keiner gesehen. Die andere Ampe ist auch noch grün, wir dürfen noch. Ja, gelb, gelb, gelb. Oh, gelb, 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 gelb. Hallo. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir doch nochmal auf. Meine Güte. Das war's ja wohl mit dem pünktlichen Design. Ja, kommst du halt noch rein, mein Gott. Na, dann machen wir die Fußgänger grün. Dann müssen wir aber gleich wieder grün bekommen, würde ich sagen. Da oben fährt wahrscheinlich die große Bahn, oder? Kann das sein? Oder die S-Bahn oder irgendwie sowas. Ja, die Anforderungen sind drin, wenn die Ampe grün wird, dann kriegen wir auch grün. Gut. Ey, das ist schön, ja. Könnt ihr jetzt einfach mal nicht mehr reinkommen, bitte? Alter, Leute. Alter, Leute, regnen wir wieder auf. Jetzt aber. Da ist Gott sei Dank grün. Und das nächste ist die hintere Zollamtsstraße. Ah, das ist Herr Ulf, genau. Hintere Zollamtsstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Ja, das ist eh gut, von daher hasse ich das. Ich habe jetzt vorhin, als ich mir überlegt habe, was ich hier fahre, dass ich hier eben heute weihnachtlich fahre, weil passt das zu Weihnachten. Wie krass muss die Leute am Sack gehen, hier auf YouTube die ganzen weihnachtlichen Folgen zu sehen. Hier, also nicht nur bei mir, natürlich, sondern bei allen Leuten. Weil es gerade überall viele weihnachtliche Videos momentan, natürlich, weil Weihnachten ist halt, macht ja Sinn, ne. Und man macht ja im Sommer keine weihnachtlichen Videos. Aber wie krass muss das Leute am Keks gehen, die vielleicht Weihnachten hassen oder so. Oder vielleicht andere Religionen haben und damit überhaupt nichts am Hut haben, deswegen. Ja, naja, gut. Hä. Das war doch so eine Überlegung, die ich angestellt hatte. Wir fangen gerade aus, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Wir fangen gerade aus, oder? Weiche. Ist gerade ausgestellt, würde ich sagen. Ich habe auch überlegt, ob ich die Weichenstörungen und die Signalstörungen mal anmachen soll, weil ich hatte ja in den letzten beiden Folgen noch nicht an, weil das Spiel für mich da noch relativ neu war. Jetzt habe ich gesagt, ja, könnte ich ja mal anmachen, aber ich habe überlegt, nee, lieber nicht, weil wir jetzt das erste Mal im Winter fahren und dann bin ich auch sowieso schon mit dem Bremsung. Dann möchte ich nicht auch noch da gucken müssen, weil sonst haben wir am Ende ganz viel Verspätung, ja. Julius Rathplatz. Umsteigen zu 2. Ja, nee, ich möchte nicht umsteigen zu 2. Ich möchte schon unsere 1 greifen, weil wenn wir umsteigen müssen zu 2, dann müssen wir ja raus ins Kalte, in den Schnee, boah. Also zum Anschauen ist mir ja schon ganz cool, aber zum selber drin sein, ist letztendlich so der Hammer, muss ich ja schon mal sagen. Das ist noch rot. Damit sind alle Türen wieder zu. Ja, aber das wird eh wohl noch einen kleinen Moment dauern, weil es erst mal fahren die Rassenautos. Na toll. Soweit ich weiß, oh, wir haben die Anforderungen, wir haben die Anforderungen, wir haben die Anforderungen, wir haben die Anforderungen, Schade, die Türfreigabe raus. Und weiter geht's. Damit will ich noch mehr Verspätung sammeln. Ja, genau, also soweit ich weiß, ist es so, dass hier auch irgendwo, also irgendwo fahren wir heute auch am Weihnachtsmarkt vorbei. Der ist ja auch nachgestellt. Das werden wir uns auch mal angucken dann, wenn es soweit ist. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1. U4. Zwei. Zwei A. Cool. Da ist nochmal eine Gegenlinie. Wahrscheinlich ist hier 1. Ja, ist hier 1. Ja, jetzt fehlt mal eine Runde. Ich will erst mal den Knopf treffen. Äh, was muss ich nachvollziehen? Ich will gucken, ob die Bahn komplett drin ist. Joa, passt so einigermaßen, würde ich sagen. Tick weiter vorher hätten wir fahren können. Haben wir das mal schon ein bisschen schwer einzuschätzen. Ist das auch die 1? Ne, du bist hier 2. Ja, wurde ja gesagt, umsteigen zu 2 A, glaube ich, oder so. Nach Dornbach. Ich muss sagen, ich finde auch... Jetzt wird mir jeder sagen, ja, München gibt's ja schon, glaube ich. Ich finde auch nochmal eine andere Stadt interessant. Ich muss sagen, München weiß ich nicht. Also, was da... Salz-Torbrücke. Ich will es grünen, wenn ich ran bin. Umsteigen zu 2 A. Flughafenbus. Ja! Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ja, genau. Connections to Airport Bus. Hab's, hast du es jetzt mal, liebe Frau? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, genau. Ja, ne, ein Stück weit davor wollten wir doch fahren, oder? Ja, passt dabei. Oh, so weit war auch nicht. Ah, stopp! Hä! Ja, da müssen wir wohl... Hier hinten gucken, auf Signal. Ah, das passt noch mit den Zebrastreifen. Ja, genau. So eine andere Stadt fände ich auch mal cool. Fleisch, sowas... Also, ich muss sagen, München ist so... Weiß ich nicht. Also, ob... Fleisch kaufe ich mir das irgendwann auch mal, wenn ich... Wenn du jetzt nicht weggehst, dann muss ich dich gleich überfahren. Das ist ja schon klar, oder? Ja, du stehst hier genau von meiner Bahn und klingst auf deinem Handy. Das ist ja ganz clever. Moment. Schau mal, das Handy ist sogar aus. Was machst du da? Brauchst du nicht so zu tun, als wäre zu einem Handy, ja? Oh, jetzt ist grüner. Hm. Lalalala... Ah, äh... Wie bitte... Bildfehler gerade, Bildstörung. Hat keiner gesehen. Das nächste Schottenring. Wie die Frauen das sagen. Schottenring. Genau. Umsteigen zu U2, U4, 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 U Oh, ich glaube, wir sind da einigermaßen pünktlich Mensch Da vorne ist eh noch rot, dann kommen wir eh noch nicht zu fahren Aber was ich auch ein bisschen schade finde, dass man wirklich Also, ich sag's Ihr werdet jetzt vielleicht irritiert sein, wenn ihr Tram so kennt Aber, äh, und selber habt Aber ich werde es gleich erläutern Ähm, ich finde es schade, dass man hier kein dynamisches Wetter Einstellen kann Wie es jetzt zum Beispiel im Train the World ist, jetzt werden sie sagen Äh, dynamisches Wetter gibt's doch Äh, aber Man kann es eben nur selber einstellen Zum Beispiel, dass ich jetzt, also soweit ich jeden was weiß Dass man zum Beispiel bei Sonne startet und dann im Schnee endet, sozusagen Aber ich hätte kein dynamisches Wetter, dass das Spiel selber Das war noch grün Dass das Spiel selber aussucht Wie das Wetter wird und das dann eben zufällig wird Und was ich dann eben einstellen kann, dynamisches Wetter und dann ist gut Weil wenn ich länger fahre Börse Umsteigen zu In Richtung Nussdorf 40a Gut, dankeschön Äh Wenn ich, wenn ich länger fahre, dann ist ja auch eben Wenn ich jetzt einstellig will, kann ich erst Nebel haben und dann würde ich Schnee haben Dann wechselt es zu Schnee und dann passiert aber nichts mehr Weil dann ist es eben nicht mehr dynamisch Deswegen fände ich das noch ganz schön Oh, wir müssen hier von anhalten Das war glaube ich ja eins wieder, oder? Kann sein, dass heute ganz viele Einleiter fahren Oha, das sieht ja krass aus So, und jetzt warten wir hier und stellen uns die Füße blatt oder eher die Räder Dann fahre ich nach rechts oder geradeaus? Das ist eine Doppelhaltestelle, also relativ weit vorne Genau Genau Und zugleich ist ja auch die letzte... Was ist das denn hier? Die zuletzt ist... äh zuletzt, genau Zugleich ist auch die letzte Folge von Tramsim für dieses Jahr auf jeden Fall Wie gesagt, wird nicht die letzte Folge Tramsim für immer sein Und wir werden sicher auch nochmal eine Eindrückfahrt ins Depot machen Oder vielleicht auch nochmal woanders fahren Wir haben ja... also wir können ja noch die anderen Recken, die wir bereits gefahren sind Oder jetzt die hier auch Äh... in anderen Jahreszeiten fahren Mit anderem Wetter Und natürlich hoffe ich, dass da auch noch demnächst ein paar Sachen kommen Es wurde ja auch schon gesagt Ja, demnächst kündigen wir noch ein paar Sachen an Die kommen für Tramsim Das sind noch große Sachen in der Planung Aber irgendwie ist dieses... Demnächst für mich eigentlich schon rum So ein Motto Weil das kam ja schon vor längerem Dass da dieses kam, weil viele sich im Beschwerd hatten Wegen dem Citybus-Driver-Dingsbum Und die Citybus-Ding Autofahr-Simulator oder von UEP Äh... Schottentur Umsteigen zu U2 37 38 40 41 42 43 44 1 A Hast du es jetzt? Äh... ja genau Also wir haben jedenfalls, also ich war gerade ein bisschen verwirrt, City Bus Manager ist das andere Spiel von PDP. Aber City Car treibt Dingsbums da, oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Also ich war gar nicht, ich hatte das Spiel, glaube ich, komplett durch. Mir fällt es überhaupt nichts mehr an jetzt. Ähm, jedenfalls dieses Spiel, das kam heraus und da haben sich viele beschwört. Öh, Tramze wird überhaupt nicht mehr weiterentwickelt und was weiß ich. Dann haben wir gesagt, doch, doch, wir entwickeln doch weiter, das sind dann noch ganz große Sachen in Planung und was weiß ich. Und das kündigen wir demnächst an. Das ist aber jetzt doch schon eine Weile her, wo ich dann eigentlich denken würde, Ja, demnächst ist eigentlich schon ein, alles ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber eigentlich würde ich schon sagen, ist das schon vorbei eigentlich. Na, morgen gibt es noch eine Folge Trends in the World und nächste Woche auch nochmal. Und dann muss ich mal gucken, ob es überhaupt, also wie es mit dem Rest des Jahres aussieht, was da so kommt. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich Ende des Jahres, lass mich mal kurz gucken, was haben wir denn noch? Wie viele Tage haben wir dann noch im Jahr, wenn die nächste Woche rum ist. Also nächste Woche wird einfach noch ein Video kommen, das kann ich schon mal sagen. Aufgrund von Weihnachten, nicht weil ich nicht irgendwie, dann das Foto-Video, also weil ich das Foto-Video irgendwie nicht schaffen würde aufzunehmen, sondern einfach, weil ich sag, das, also das Video werdet ihr vorziehen von Samstag auf Freitag, weil Samstag ist Heiliger Abend. Und Sonntag ist er, war das Feiertag, da gucken wir eh relativ hoch, wir müssen weiterfahren. Da gucken eh relativ wenige Leute wahrscheinlich Videos. Und sowieso sollt ihr auch keine Videos gucken, da Leute ja Videos, äh, Videos mit eurer Familie, genau. Videos mit eurer Familie auf YouTube veröffentlicht vom Weihnachtsfest. Ja, das ist meine ich mit laut, äh, der, da kann der Düsen-Chat gerade noch vorbeigefahren. Der Ulf-Düsen-Chat. Ähm, ja genau, also, genau, ihr veröffentlicht Videos von Weihnachtsfest, wenn es mir auch auf mich, äh, wieder auf YouTube. Am besten, wenn ich gerade so ein Federer streite, ist das Fähne am lustigsten. So ein bisschen anhalten, ne? Wenn ihr gerade so ein Federer Streiter mal auf der Weihnachtsfeier habt, packt dann euer Handy aus und filmt das in Latschaflöte, damit alle was zu lachen haben. Äh, ne, das macht ihr bitte nicht. Ne, ich wollte eigentlich sagen, ihr wollt, sollt ihr halt mit eurer Familie verbringen. Ist ja eigentlich irgendwo. Ah, da ist auch ein Signal, oder? Ja, Mensch, wir sind schon drüber gefahren über das Signal. Ja, das war einfach eine perfekte Bremsung von mir. Ah, ist grün. Ja, dann ist ja alles im grünen Bereich. Ha, grün und grüner Bereich. Mensch, bin ich wieder lustig heute. Genau, also, wir haben zum Aufnahmezeitpunkt heute den 17. Und das ist auch das veröffentlichte Zunkdatum. Da könnt ihr euch ausmalen, warum das Video heute so spät kam. Ähm, dann 18. Der Morgen kommt dann Train the World. Am dreienfälligsten auch. Parlament. Umsteigen zu 2 in Richtung Dornbach. Das war eine perfekte Bremsung, weil ich das Signal sehe, cool. Ähm, ja, also, am dreienfälligsten kommt dann nochmal Train the World. Das ist auch ein sehr empfehlenswertes Video, weil ich daraus wahrscheinlich so ein bisschen so eine Grundliste machen werde, weil ich mir den ganzen Train the World so wünsche fürs nächste Jahr. Ähm, vierzeitigste, fünfzeitigste, dann am Weihnachten. Da kommt kein, ähm, entsprechendes Video. Gut, wir sehen aber hier das Signal auch, weil wenn der Punkt nicht mehr leuchtet, dann haben wir grün. Ähm. Und dann haben wir noch den 31. und dann ist der erste schon im neuen Jahr. Ist das grün? Ja, ist grün. Äh, äh, rausnehmen. Ähm. Ist das nicht dieser gemeingefällige Kreuzheim, wo die Leute manchmal einfach abliegen? Ja, auf jeden Fall ist ein Halt rübergekommen. Das war ne Weiche, glaub ich. Durch den Z. Oh, da kommt ne Buchhörer. Genau. Ist das eigentlich, also ist die Ansage noch richtig? Wir haben jetzt lange nicht mehr geguckt. Also, nicht, dass wir jetzt schon nirgendwo schon was wir denn ausgelassen haben oder so. Ja, ist gut, der zählt ne Runde. Gegenvolkstheater, ja, würde ich sagen, ist richtig. Das ist noch rot, also können wir die Freigabe nochmal kurz drin lassen, weil die Fußgänger gehen ja noch rüber. Also, weil ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall zumindest zeitweise mindestens mal weniger Videos, wenn ich noch gar keine Videos. Und das betrifft den Februar. Und vielleicht auch schon Ende Januar. Ähm, weil ich mich da eben auf so eine Prüfung vorbereiten muss, äh, in der Berufsschule. Und, äh, dementsprechend eben, äh, dann keine Videos machen werde, für diesen Zeitraum, also in diesem Zeitraum. Ich muss auch inwiefern es schafft, Videos vorzuproduzieren. Und dementsprechend wird dann wahrscheinlich halt ein Video pro Woche kommen, wenn alles nach Plan läuft, weil ich jetzt entsprechend die Videos hervorproduzieren werde. Wahrscheinlich wird Stranger World dann vielleicht mal noch voll mit Kramsimm. Aber wahrscheinlich größtenteils Stranger World. Ja, das, äh, das habe ich zu spät gesehen. Vor allem, wenn man da den, den die Leistung rausgenommen hat. Aber wir stehen auch noch vor, aber gut, äh, das war wahrscheinlich nicht so vorgesehen. Wahrscheinlich sollte man ja vor dem Zebrastreifen stehen. Aber gut, Leute, müsst ihr halt warten, bis die nächste guten Phase kommt, ne? Pech gehabt. Kram hat Vorrang. Ja, ihr könnt reingehen in die Kram, warte, ich mach mal ruhig auf. Ach nee, Moment, wir machen es anders. Hier, kommt rein. Ha, er geht wirklich rein. Ha, ha. Er ist einfach wirklich reingegangen, wie geil. Ja, dann nehmen wir dich wohl mit zur nächsten Haltestelle, ne? Mal gucken, was er jetzt an der nächsten Haltestelle macht, hier. Ob er jetzt einfach völlig geistig verwirrt ist, jetzt für den Rest der Fahrt. Ah, er ist weg, oder? Bruder, der hat sich ihm urchen gesetzt. Man weiß es nicht. Und das nächste Haltestelle war der Opa. Jetzt ist die Frage, ist da der Weihnachtsmarkt? Ich weiß es gar nicht. Der müsste ja jetzt gleich kommen, irgendwann. Oh, es leckt es aber her. Opa, Karlsplatz, umsteigen zu U1, U4, D, 2, 62, 2A, 59A, Badener Bahn nach Baden. Ah, nein, so ich hab wohl jetzt nicht bremsen. Die Badener Bahn nach Baden, nimmer. Mensch, wo können die Badener Bahn sonst hinfahren, außer nach Baden? Tatsächlich wieder im Zeitplan, hätte ich nicht gedacht, dass wir das hier noch schaffen. Also, ich weiß es nicht, dass wir das hier noch schaffen. Das ist eine Doppelhalte-Stelle, also können wir wieder halten. Das fährt natürlich, das war ja wieder klar. Die Linie 71. Ah, das ist so einer, der ins Depot fährt. Die Fahrtburgkasse, das sind die waren Favoriten, die ins Depot fahren. So einen könnten wir dann auch mal fahren. So, wir ziehen jetzt aber schon mal vor, auch wenn da vorne rot ist. Weil da hinten kommt noch einer und jetzt ist das, oh mein Gott, ich geh mal zu. Ich rufe die Leistung, wenn die Tür noch nicht offiziell zu ist und dann fährt er nicht. Aber wenn grün wird, dann können wir direkt fahren, aber ansonsten... Machen wir gleich nochmal die Tür auf. Ja, sieht aus, als würden wir nochmal die Tür aufmachen. Aber dann kann hinter uns der Kollege auch schon mal die Tür aufmachen. Der E2 oder... Ach du Scheiße, ach du Heiliges! Ein E2, ein Flexity, dann kommt noch ein Flexity und dann kommt noch ein E2 da hinten. Das sind ein paar, ja. Okay, alles klar, es gibt einen Stau hier, klein. Ja, wir machen jetzt auch die Tür zum Fahren direkt, damit wir mit denen einen anderen Platz machen. Weil haben wir jetzt grün. Dann kommt gleich die Resselgasse. Was ist denn das beim Weihnachtsmarkt? Oh, da habe ich jetzt das weiß ich, was ich eben meinte, wo ich dachte, wir fahren um die Ecke. Resselgasse. Kann das dann, dass wir an Weihnachtsmarkt noch so vorbei sind? Oder kommt der gleich noch? Das ist gerade echt eine gute Frage, die ich bestelle. Da drüben hängt noch ein Signal, weil ich gerade ziemlich spät das gesehen habe. Jetzt hat man fast die Leute überfahren. Vielleicht ist noch ein Ulf. Ja, in der Entfernung sind die doch schön. Das sind die nämlich nicht zu hören. Ja, ich fahre auf dem Bach mit den ganzen Autos, bevor wir fahren. Ja, ich fahre auf dem Bach mit den ganzen Autos, bevor wir fahren. Ja, da ist mir die Autos zum Warten, jetzt kriegen wir vielleicht gleich mal grün, oder? Ja, tatsächlich. So, da vorne ist nochmal rot. Wir warten ja schön brav vor der Straße, damit wir die Autos wenigstens noch fahren können. Na gut, das kostet uns jetzt hier Zeit, die ganzen vielen roten Signale. Na, komm. Mach grün. Das ist einfach der Scheibenbücher, der immer so Geräusche macht. Immer so, wenn er rüber geht. Gut, ratsch, ratsch. Ich stelle aber knapp dran, die Frau. An dem Fleißen. Boah, ich hab' ich lerausgetabt hier. Das ist das Problem, wenn man voll mit dem Motor spielt. Was ist das denn? Ja, okay, alles klar, die Werbung wird teilweise schon lustig. Hab' ich wieder so gestellt, dass ich die Signale nicht sehe, das ist ja ganz schlau. Weil diesmal sehe ich jetzt, echt gar nicht. Aber gut, die Autos fahren rüber, die Fuschinger gehen rüber, dann wird wohl für uns schon mal nicht grün, erstmal. Jetzt wird es gut, okay. Dann nehmen wir die Frage aber raus, und sobald die Fuschinger abkühlen, wir müssen auch gut haben. Ja, okay. Und dann halten wir gleich auch schon in der Paulanergasse. Und dann halten wir gleich auch schon in der Paulanergasse. Ja, dann müsst ihr halt mal ein bisschen laufen, dann müsst ihr euch halt besser positionieren hier. Wir haben grüner, da wird die Freikabe rausgenommen. Und wir fahren gleich. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Verspätung hier, in der Meierhofgasse. Also so langsam geht mir das Heimabschlitterung ein bisschen um Keg, leider nicht gedacht. Ach weiss. Das war ja übertrieben laut. Man, 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 warum wir jetzt die Fuschinger erstmal grünen, das geht doch nicht. Und was ist deine Mission eigentlich jetzt? Was ist deine Mission? Du siehst ja, dass ich hier stehe, ne? Nicht du. Jetzt haben wir schon rot, dann können wir jetzt auch fahren. Ach, wir können auch mal eine Türfreikabe rausmachen, der ist ja keine Halsenstelle. Okay. Und hier, das ist ja so eine komische Halsenstelle, wo die Leute über die Straßen laufen müssen. Wo die Autos dann rot kriegen. Wenn wir hier halten. Die Leute hier haben alle in Winterkleidung. Jetzt sprechen der Jahreszeit natürlich hier. Das war noch grün, gut ist auch noch ein Vorsignal, ne? Das nächste, da guckst du drauf an. Das wird wahrscheinlich noch rot, bevor wir ankommen. Eindeutig grün. Johann Straußgasse. Umsteigen zu 13a. Gut, dass die Halsenstelle vor dem Blick reinkommt. Weil sie seht gerade rot, von daher. Was machst du hier in meiner Halsenstelle drin, ja? Die Leute hier, die müssen hier lang gehen und du stehst hier, ja? So, dann machen wir die Tür zu. Und da wird es doch gerade grün, ja? Das ist ja, wird ja mal besser hier. Nee, du bliebst ab. Dann hätten wir ein Problem gehabt hier. Aber zum Glück ist er sich abgewogen. Oh, jetzt fahren wir den Tunnel. Laurenzgasse. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Genau. Wir fahren jetzt hier in den Tunnel. Hier waren wir praktisch bisher noch nie im Video. Weil weder die U2Z noch die 71 Pfanne hier lang. Hier sind noch ein bisschen andere Signale. Hier sind eben die Tunnelhaltestellen auch natürlich. Und hier habe ich mich immer angewöhnt, einfach komplett ein zentrales Öffnen zu machen. Weil ich halt denke, die Tunnelhaltestellen ist wahrscheinlich aber mehr los. Und dann lohnt es sich ja auch. Genau, jetzt können wir ein zentrales Schließen machen. Ja, du kommst nicht mehr rein, Pechkrab. Man kann nicht alles haben. Hier ist halt ein bisschen mehr los. Dann müssen wir halt dann mal die Tür zentral schließen. Das kommt mir nämlich viel zu spät. Genau, ich glaube, das sind jetzt nur zwei, drei Haltestellen. Also mit der eben. Der Tunnelhaltestell ist jetzt nicht so lang. Genau, also es ist eben immer so, dass wir diese Ampel mit den zwei Nämchen haben. Wenn eins davon rot ist, bedeutet, dass der Abschnitt ist nur durch eine Bahn belegt. Wenn zwei davon rot ist, ist es durch zwei Bahnen schon belegt. Und wir dürfen eben gar nicht fahren, weil eben nur zwei Bahnen in einem Abschnitt fahren dürfen. Und wenn beide grünen sind, sind wir eben alles im grünen Bereich, wie jetzt. Offenbar, ich wollte eigentlich zentrales Öffnen machen, ne? Offenbar ist der irgendwie anders, irgendwo anders hingefahren, keine Ahnung. Der vor uns gerade. Weiß ich nicht. Nö, du kommst nicht mehr rein. Pech gehabt, zu spät. Da hätte ich mich besser beeilen müssen, liebe Frau. Da ist ja wieder die Badener Bahn nach Baden. Ja, also offenbar können wir ja ein bisschen mehr umsteigen in der Haltestelle als in den anderen. Offenbar ein zentraler Umsteigepunkt hier, der Mats-Leinsdorfer-Platz. Können wir den Kollegen vielleicht geradeaus beim Weg nach links fahren, soweit ich weiß. Die 62 ist das. Und hier müssen wir uns aber noch mit der 6 einig werden, wer zuerst fahren darf. Ich fahre mal rot, wie wir hier sehen. Von daher, ach, wegen dem Kollegen. Der die gegen 6. Ach, die 6 biegt auch ab. Ja, gut, das Team fährt trotzdem natürlich auf unser Gleis drauf. Ja, jetzt fährt die nämlich, genau. Ja, wir hören den Ulf bis hier hin, das ist ein bisschen laut. Also, wenn die Lautstärke, die wir hier gehört haben, wenn das die Lautstärke wäre, wenn wir genau da drin stehen, im Ulf, dann wäre es ja okay. So, jetzt haben wir auch Grün und dürfen fahren. Zur Knöllgasse. Ja, wenn die Bahn nochmal fahren würde. Da kommt auch schon die nächste Bahn, deswegen müssen wir uns beeilen, damit ich die wieder zuerst fahren darf. Das war die Weiche. Knöllgasse, umsteigend zu 6, in Richtung Geiereckstraße. Genau, jetzt fahren wir wieder raus aus dem Tunnel. Und hier vorne nach der Knöllgasse links geht es an das Depot. Kommen wir gar nicht zu bremsen durch die Steigung hier. Weißt du, jetzt kommen wir... Ja, da fahren wir halt noch bis vor, damit die Bahn hinter uns noch fahren kann, weil der kam ja gerade schon ein, haben wir eben gesehen. Na komm. Steigen wir nicht hier zu steil, für so ein bisschen Beschleunigung. Da muss ich ein bisschen besser beschleunigen. So, es reicht aber hier. Genau, also ich glaube, der Weihnachtsmarkt, den haben wir schon verpasst, tatsächlich. Der war irgendwo vorne beim Parlament oder Opa oder so. Irgendwo da vorne. Befürchte ich. Ist grün? Ne, ist nicht grün. Jetzt gucke ich aber gerade mal. Vielleicht kriege ich das schnell gegoogelt, wo der Weihnachtsmarkt ist. Also wahrscheinlich nicht mehr auf unserem Abschnitt hier. Das sind jetzt nicht mehr viele Haltestellen. All die Anforderungen sind schon da. Dann nehmen wir unsere Freigabe raus und fahren. Was gebe ich Ihnen hier ein? Weihnachtsmarkt Wien. Bei der Opa gibt es ja auch Weihnachtsmarkt, oder? Oh. Oh. Davidgasse. Umsteigen zu 7a. Adventgenussmarkt bei der Opa ist. Ich frage, ob das der ist. Anscheinend gibt es ja wie ein mehrerer Weihnachtsmarkt, so wie ich das hier sehe. Ja, das ist schwierig zu sagen, auf jeden Fall. Und warum steht ja hier mitten auf der Straße, der Typ? Äh, da müssen wir anhalten. Oh, hier müssen wir anhalten. Da vorne bei der Halsestelle. Oh, da bin ich. Ja, alles im grünen Bereich. Wir stehen nur in der Halsestelle bestimmt. Ja, ja, die Leute steigen noch außen ein. Ja, auf jeden Fall steigen doch nicht ein. Ja, aber sie könnten ja da hinten einsteigen. Alle bestehen wirklich nur in der Halsestelle. Aber da kann die ja gar nichts dafür, ja? Jetzt habe ich los nach Weihnachtsmarkt geguckt. Dass ich tatsächlich ganz vergessen habe, dass wir hier anhalten müssen. Die Toaststraße. Die Toaststraße. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob da nicht doch noch eine Halsestelle war, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Aber nee, die Toaststraße kommt offenbar erst hier vorne. Ach, das ist die Toast... Das ist die Toaststraße, okay. Nicht die Toaststraße. Die Toaststraße wäre aber schon lustiger. Jetzt habe ich gerade nicht hinguckt, die mir den Halsestellen haben, die ich angeguckt, sondern noch kurz nach Weihnachtsnacht geguckt. Aber da habe ich das überhaupt nicht gefunden. Die Toaststraße. Und dann kommt gleich die Wintenstraße und dann könnte tatsächlich schon dass der von Fahning am Platz kommen, wenn ich mich recht erinnere. Wir sind ja auch schon bei einer 3,4 Stunden Aufnahmezeit. Genau, die Wintenstraße. Wir merken es natürlich schon, hier ist natürlich weniger los. Wir kommen jetzt ein bisschen aus der Stadt raus. Wir fahren weniger Tramlinien. Hier kommt doch nicht mehr ständig die Anlage umsteigen zu 500 Linien. Ja, und dann kommt doch gleich der Stefan-Fahrdinger-Platz neben mir. Hier ist Achtung, weil hier gibt es keine Fußringer-Ampel. Hier müssen wir einfach aufpassen, wenn wir den Mann überfahren. Und dann kommen wir uns auf dem Weg zu unserer letzten Haltestelle, dem Stefan-Fahrdinger-Platz. Stefan-Fahrdinger-Platz. Umsteigen zu 15 A. Mensch, wir können doch umsteigen. 165 A. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Genau, auf Wiedersehen. Hier fahren wir um die Kurve, da müssen wir nochmal ein bisschen langsamer fahren. Und apropos auf Wiedersehen. Das Video endet natürlich auch hier, weil es ist eine Haltestelle logischerweise. Hier ist ja Aussteiger-Haltestelle, da vorne ist ja Einsteiger-Haltestelle, aber wir lassen natürlich die Leute aussteigen. Das Einsteigen ist Sache des nächsten Tram-Fahrers. Leute, steigst du raus? Ja, also werden wir schon tun, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge von Tram-Simbel. Anscheinend ist es die Leute eigentlich so kalt am Aussteigen. Die bleiben lieber jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schon in der neuen Folge. Wahrscheinlich an Tram-Simbel oder in Zukunft, wenn ihr auch nochmal Tram-Simbel kommt. Frau Wann, was ihr sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Und ciao. Vielen Dank.